Ja, wenn der Champion natürlich fehlt, verletzt, fehlt, wenn man mit dem Kreuzband drehst, ist es natürlich sehr, sehr bitter für die Person selber. Das ist lange Rehabilitationszeit, das dauert, das ist nervig, da braucht man Zeit. Aber das ist dann auch wie im Fußball genau das Gleiche. Das ist die Chance dann wieder für die anderen, im Endeffekt in das Rampenlicht zu treten, den Titel sich zu holen und die Challenge ist eröffnet. Wer kriegt es?